Oida! Scheiße! Hörst! Hallo, ich setz mich mal zu dir, hast du Lust auf einen Stamperl? Das ist dein Bier, ich nehm mal, wir sind eh frei, erst flieg nicht um, bist schon so angesoffen. Ich hab mich bedient, gell? Hallo? Ich bin der Axel, gell? Ich bin der Angestellte, bin der öfters, wie oft bist denn du da? Ich bin jetzt schon seit vier Jahren da und ich sauf und so, apropos, ich rauche ein bisschen. Ich rauche super gern. Anzehn! So ist Anzehn! Wurscht, wurscht. Ich bin seit vier Jahren da und ich bin eigentlich eher so was wie ein Idol für die Menschen, die da irgendwie um ein Tumhatschen teppern. Ganz einfach, wir machen das so. Ich erzähl dir mal kurz, wie das so abläuft. Das ist eine Lokalität, die hat so einen Namen, das ist ähnlich, ich hab's jetzt kurz vergessen. Na, also Lokalität, wir sind da um Spaß zu haben, wir sind da um ein bisschen zu tragen, gell? Nein, aber ich mein jetzt nicht. Du brauchst jetzt nicht, weil du ein deppertes Weib, weil du eine Frau bist, brauchst jetzt nicht irgendwie denken, dass du irgendwie bist, sondern bist, weil ich bin. Ja? Du bist noch immer. Du musst dir erst einmal deinen Rangzahn saufen, da. Saufen ist mehr als ein Hobby. Und das musst du langsam akzeptieren, ja? Vor allem, weil du neuchter bist. Ich meine, ein paar habe ich schon gelöscht, weil es gedeppert worden. Ne, eh nicht viel, aber ein paar halt. Zwölfe oder so. Boah, das ist so geil! Na, was ist jetzt, Alter? Willst du mich überwalschen? Ist ich ein Bier? Warum trinkst du nichts? Was hast du dir eigentlich eingeworfen, Alter? Ich meine, einwerfen bin ich auch dabei. Es kommt drauf an, was du hast. War ich für mich, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Ha! So, wow, da muss ich meine Karte. Ich war ja, ich war ja im Spital am Razzell. Ja, lieber, wisst ihr. Scheiße, Scheiße, Alter. Scheiße, lieber. Herr Opa! Herr Opa! Ein Bier, oder? Ja, okay, es ist nicht immer so, dass da jeder herkommt, ja? Psch,-geil, sei gut! Das mach ich nie, nein. Ich bin auch immer kein Arschloch, gell? Sooo, alles geht, nee, nicht übergehen du Arsch. Das ist wirklich ein seriöses Lokal. Da ist öfters High Society da, ja? Wir haben schon Leute da gehabt, die waren aus Hongkong. Aus Hongkong! Bei den Gschlitzten! Alter, was machen die da? Weißt du, High Society? Ich f*** dich auch erst. High Society kommt da her. Das heißt, es gehört einfach mehr... Nein, es gehört mehr drückt. Scheiße, die waren da! Nein. High Society, deswegen gehört hier, dass ich verhalte... Ich meine, bist du eh schon fisch mit dem Krawattl und so, weißt du, ich stehe da ein bisschen so... Auf... Ein bisschen so... Ich weiß nicht, ich kann mir ja wurscht erst. Geh ich sch*** an erst. Sch***. Nein, nein, ich brauch nicht... Nein, passt schon, wir sind zufrieden, gell? Schlechte. Das macht man bei uns übrigens auch, das musst du auch noch lernen, gell? Das ist... Open und die Mitte! Ist nicht schwer, gell? Ja. Ja. Schön. Jetzt einmal kurz und bündig nochmal ausschließen. Du bist ein Weib, ich bin ein Mann. Ich rede, du nicht. Du hast Tuteln, das ist Leiband. Du hast ein... Ich bin ein Eckartner Arsch und ein Loch, wo es falsch ist. Aber das... Nein, ich verurteile keine Menschen. Ich verurteile niemanden. 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 Egal ob er jetzt, keine Ahnung, eine andere Hautfarbe hat oder so ein Scheiß ist. Mir da wurscht. Zusammensaufen kann man sich. Zusammensaufen! Ja, da musst du ein bisschen körperieren. Nein, wurscht, gell? Weiß nicht, ey. Dann mal jetzt wieder mal zu meiner Haare um. Na, oben, oben sitzen wir. Oben. Nein, bei dem Tisch oben. Ja. Scheiße, Alter. Ja, wurscht. Wo bist du? Hey, du Hurenslampen. Das ist immer dasselbe Scheiß, gell? Wenn du den Schick wirst, nimmt er, wurscht. Ich hab mal wo noch ein Packchen rein. Lass dir das auch da stehen, gell? Kannst du's natürlich mal lustig machen. Das nächste Mal schaust du da ein bisschen mehr, gell? Puppe. Jetzt hab ich schon was gesoffen, Alter. Scheißweber.